Wäre der Zufall nicht gewesen, hätte sich nie etwas geändert. Ich wäre stehen geblieben, irgendwo zwischen Routine, Trott und Gewohnheit. Der Alltag macht uns blind, versperrt uns die Sicht auf das Wesentliche. Und genau das macht ihn irgendwie gefährlich. Was befreit uns aus dieser Lage? Bei mir war es der Zufall. Man könnte fast sagen, er hat mich angerempelt. Dieses geisterhafte Wesen, dessen Hand unvorhersehbare und unkontrollierbare Ereignisse hervorruft. Er kann im Bruchteil einer Sekunde unser ganzes Leben verändern. Im Guten wie auch im Schlechten. Er taucht plötzlich auf, verschwindet genauso schnell wieder und lässt uns in der neuen Situation zurück. Was grau war, ist bunt. Wo Nebel war, sind Sonnenstrahlen. Wo leere war, ist Freude. Wo Leere war, istbar. Wenn man war, sollte man Stoppät, über Keeping terminar. Bis zu uns! Wo Leere war, ist Freude!